GrazCast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turck. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge GrazCast. Heute interviewen wir den ehemaligen Präsidenten des Eskersturm Graz, Hannes Kartnik. Wir wünschen euch viel Spaß beim Interview. Herr Kartnik, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und uns sogar zu sich nach Hause eingeladen haben für das Interview. Herzlich willkommen bei GrazCast. Danke für die Zeit. Gerne gemacht. Bevor wir jetzt wirklich ins Interview starten, startet der Tobias noch mit einer kurzen Vorstellung ihrer Person. Genau. Hannes Kartnik ist ursprünglich gelernter Goldschmied, übrigens beim Grazer Juwelier Weikert ausgebildet, und machte sich jedoch schon mit ca. 20 Jahren selbstständig in der Werbebranche. Der Unternehmer erlangte vor allem durch sein Engagement im Sport Bekanntheit. Er war von 1989 bis 1996 Präsident des Eishockey-Clubs EC Graz und von 1992 bis 2006 Präsident des Eskersturm Graz. Zu Hannes Kartniks größten sportlichen Erfolgen zählt zweimalig Meister geworden zu sein mit dem Eskersturm Graz. 98 und 99. Dreimal Cup-Sieger, das war 96, 97 und 99. Sowie dreimal sogar der Einzug in die Champions League, das war 98, 99 und im Jahr 2000 sogar in die Zwischenrunde. Hannes Kartnik ist verheiratet und hat einen Sohn. Sehr geehrter Herr Kartnik, vom Goldschmied hin zum Werbeunternehmer bis hin zum Sturmpräsidenten. Sie mögen scheinbar die Abwechslung, richtig? Na ja, wenn du ein sportlicher Fan bist und für Fußball was überhast dann, oder für den Sport überhaupt, dann und sieht, was die anderen machen, dann denke ich mir, im Sport geht nichts weiter in Graz. Eishockey ist ja was anderes, da sind ja gute Leute gewesen, aber im Fußball, in der Steiermark hat es nie einen Meister gegeben. Alle guten Spieler vom GRK oder von Sturm oder von anderen Vereinen, die sind alle nach Wien, Salzburg, Oberösterreich, Tirol und so weiter gegangen. Und da habe ich mir gedacht, das kann ja nicht sein, es muss ja mal passieren, dass in der Steiermark einmal jemand Meister wird. Und das war eigentlich dann, was ich mir eingebildet habe. Und habe dann natürlich meinen Freund Heinz Schilcher, der eine internationale Erfahrung hat und in Amsterdam gespielt hat, bei Ajax, in Frankreich und sehr Sport davon war, selbst ein guter Spieler gewesen, habe ich gesagt, Heinz, jetzt müssen wir es angehen, wir müssen Master werden mit Sturm. Das war mein Ziel, dass das dann aufgegangen ist, das Sport, okay, gehört dazu, wenn man mit Liebe was macht, dann kann das gelingen. Man muss mit einem Herz dabei sein, ohne Herz geht das nicht. Nur in den Medien zu erscheinen und Hallo sagen und gratis jaußen und hingehen zu den Veranstaltungen, das ist besser, man lasst das. Ein Herz und dann braucht man Geld auch, selbst nicht und dann muss man es auftreiben und im Sportlichen sich nicht einmischen. Das ist das Wichtigste. Also ein Präsident ist zum Präsentieren und zum Geldhergeben da. Wenn man jetzt in der Grazer Innenstadt Sie antrifft und vorausgesetzt, man kennt Sie nicht und man fragt Sie, wer Sie sind und was Sie machen, was würden Sie ganz kurz antworten? Nein, es gibt schon Leute, wenn Sie so eine Erinnerung haben und Sie glauben, dass ich sein könnte, dann tun Sie es raten. Ja, sind Sie es wirklich? Sag ich, ja, ich bin es. Mein Schein, dürfen wir ein Büdel machen, dürfen wir ein Autogramm haben, stellen Sie nicht zu meinem Mann zu wie unser Mario. Das sind immer lustige Geschichten. Apropos lustig, wir haben in unserem Format zweimal so kurze Abschnitte mit spontanen Entweder-Oder-Fragen, da kommt einfach irgendwas, einfach das Antworten, was Ihnen spontan in das Sinn kommt. Ja, ist das nicht. In der Hinzeit auch noch. Ja. Auto, Öffis oder Fahrrad? Auto. Frühaufsteher oder Abendmensch? Beides. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Ja, schon die Bahn. Jetzt in meinem Alter, so Jugendlicher habe ich die Treppe verwendet. Bunsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Weder das eine noch das andere. Kasematen oder Domenberg? Das sind beide in Ordnung. Kasematen, schön, kulturell und Domenberg ist auch gut. Und Nutella Brot mit oder ohne Butter? Nutella allein, aber ohne Brot und ohne Alten. Ist nicht meins. Ja, Sie haben ja durchaus eine sehr, wie soll ich sagen, bemerkenswerte Karriere hinter sich. Und wenn Sie jetzt so zurückblicken, wie würden Sie Ihren bisherigen Werdegang oder im Werdegang generell aus persönlicher Sicht zusammenfassen? Naja, wie soll das sagen? Ich war ein mutiger Mensch. Im Goldschmidt gelernt, beim Weikert. Hervorragend. Weikert ist eine Traumfirma. Den besten Lehrmeister, den es in Österreich gegeben hat. Leider ist er schon verstorben, der Herr Ertl. Und Weikert ist eine tolle Firma. Da durfte ich ein Jahr lang nur auf Messing arbeiten. Und der Lehrmeister hat mir sehr viel beigebracht. Innerhalb von drei Monaten hat er vorher, wie ich angefangen habe, ein Buch gegeben. Er hat gesagt, das musst du lernen. Ich habe nicht einmal gewusst, was drinnen ist. Zuhause habe ich dann nachgeschaut. Er hat gesagt, in drei Monaten musst du alles wissen, was Edelsteine konnte. Aus der ganzen Welt die Edelsteine. Schliffgrad, Härtegrad, Gewinnungsart. Mir hat das auch noch für sich gefallen. Aber es waren mindestens 300 Seiten, die Edelsteine waren. Aber wie interessant, wo gewonnen werden die Edelsteine, wo die schönsten Steine sind. Das war hoch. Zwei Drittel habe ich sehr gut gemeistert bei Edelsteine. Weil da hat es ja Steine gegeben, die mich nicht interessiert haben. Aber das war super. Und Goldschmidt ist ein schöner Beruf. Nur halt nach der Lehrzeit hast du nichts verdient. Meine Eltern haben kein Geld gehabt. Jetzt bin ich in die Werbung eingestiegen, weil ich habe schon immer Sportveranstaltungen gemacht, Skirennen, Hallenturniere. Und somit und Werbung verbunden. Da habe ich immer verkaufen können. Bin halt zu die Firmen gegangen, mit Programmhefte und habe dann Inserate gekriegt. Dann habe ich einmal für den goldenen Schuss müssen. Den kennt ihr ja noch nicht. Seid ihr noch zu jung, als der Fico Toriani auftreten ist. Und der Max Greger habe ich die ganze Werbung machen müssen für den goldenen Schuss. Mein Gott, das war lustig. Dann die Wiener Eisrevue. Das gibt es jetzt auch nicht mehr. Aber da habe ich auch die ganzen Programme gemacht. Und so kommt man dann in das Geschäft. Und dann habe ich gemerkt, hallo, das läuft gar nicht so schlecht. Ich muss gut verkaufen, weil die Leute, weil da war ich sympathisch oder lustig oder wie. Die Leute haben alle ein Inserate gemacht. Und das hat alles super funktioniert. Und die Programme sind auch schön geworden und muss auch voll gewesen sein. So hat sich das dann entwickelt. Und dann natürlich auf die Plakate bin ich ja dann gekommen, wie der Greiner verstorben ist, der Vater von unserem Landeshauptmann. Er war auch Landeshauptmann. Und da ist der Dr. Marco auch noch da gewesen. Der ist damals in Le Mans Autorenn gefahren und hat einen Stein ins Auto gekriegt. Und der hat dann bei einer Konkurrenzfirma Verkaufmann angefangen. Und ich habe halt begonnen in Graz und wollte Kastro, die Ölfirma und so. Aber da habe ich keine Chance gehabt, weil der war bekannt. Der ist überall hingekommen und hat alle Aufträge gekriegt. Ich habe aber dann andere gekriegt und das ist so schön langsam gelungen. Und was soll ich noch sagen? Zum weiteren Verlauf. Ja, wir haben dann Tafeln aufgestellt. Also, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe dann Gott sei Dank eine Partei gefunden, wo ich einen Exklusivvertrag bekommen habe. Und da musste ich ein Jahr lang, ich durfte keine andere Partei plakatieren und habe 600 Tafeln aufgebaut. War aber nie plakatiert, weil die keine Plakate gehabt haben, aber bezahlt haben sie. Aber alles schön. Und dann ist doch ein Plakat gekommen, aber von einer Firma, die nicht zu dieser Partei gehört. Das war alles lustig. Und dann haben sie mich auch gefragt, wie ich sage, ich baue die Tafeln auf, brauchen sie Geld. Ich sage, wenn sie an so ein Konto haben ich es gut. Und dann habe ich eine gute Summe von ihnen bekommen und so hat das Ganze angefangen. Und einer meiner großen Kunden beim Plakat war Moulinex. Diese Schneidgeräte, wo man die Händel schneit und so weiter. Und da habe ich gleich mal 200 oder 300 solche Maschinen geholt, gebt. Und dann bin ich halt die Tafelnplätze suchen gefahren in ganz Österreich. Ich bin jetzt zu den Bauern gegangen und habe gesagt, dürfen wir da eine Tafel? Die Wiesen waren alle frei. Und da habe ich dann dafür eine Moulinex gekriegt. Mama, schau, was wir bekommen dafür. Die waren glücklich als eine Moulinex. Die hat nichts mehr schwer. Schneiden wird sich die elektrischen nehmen. Das war echt ein Volltreffer. Die Moulinex gekriegt und das war ein guter Auftrag. Und das hat sich dann kristallisiert. Das geht dann immer weiter. Ich habe dann große Firmen angeschrieben, auch die Agenturen, die die Aufträge vergeben. Das ist halt natürlich viel schwieriger als wie damals. Und damals hat es auch den Ankünder gegeben, die Heimatwerbung und die Gewista in Wien halt. Aber ich bin ein Privatunternehmer und kein Unternehmen einer Partei oder von der Gemeinde, weil Ankünder gehört der Gemeinde. Gewista gehört jetzt zwar ein Franzosen, aber wo alles Gemeinde betrieben. Die haben sich natürlich leicht getan, wo sich die ganzen Werbetafeln hinstellen. Und da haben alle recht. Ich habe nämlich zahlen müssen. Ich muss überall zahlen, wenn ich ein Grundstück mit dem Vertrag mache. Ja, aber es geht auch. Ein Tüchtiger geht nicht unter, sage ich mal. Ja, wenn wir richtig informiert sind, dann leitet Ihr Sohn ja jetzt, glaube ich, das Unternehmen weiter. Und Sie bringen sich aber auch noch aktiv mit ein. In was für eine Richtung hat sich das Unternehmen entwickelt? Ist noch immer sehr stark der Fokus auf den Plakaten? Ja, nur Plakate. Weil das ist derzeit sicher das beste Werbemedium. In derzeitigen Situationen, also Zeitungen, gibt es viele, Fernsehen gibt es viel, Radio gibt es viel. Und die Firmen können sich nicht alles leisten, außer Lutz, Rewe oder Spar und die Großen. Aber sonst nicht. Und die Inserate, wenn du ein großer Format inserierst, heute werden die fast nicht mehr angeschaut. Die wollen es nicht mehr sehen. Und der Plakat wird auch nicht gerne gesehen. Mein Gott, die Schlecht, die Schirchen weint und so weiter, wie die Leute reden. Aber du fährst auf den Straßen und kommst direkt hin. Und innerhalb von fünf bis zehn Sekunden siehst du das Plakat. Hängt natürlich von der Gestaltung auch ab. Und dann, ich kann mich gut erinnern, Palmas, wie sie geworben haben, wie die hübschen Damen im Bikini. Das waren Auffahrunfälle damals. Aber das war halt, das Plakat wird immer, wird es immer geben. Auch die wahlwerbenden Parteien werden immer plakatieren, weil jeder Spitzenkandidat wild gesehen werden. Und jeder muss sagen, der Funktionär ist auch glücklich, wenn der Spitzenkandidat im Feld steht oder auf der Straße oder irgendwo ist zum sagen, du wirst das Plakat nicht umbringen. Jetzt bin ich 40 Jahre im Geschäft. Am Anfang habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, wie wird das laufen. Aber das ist immer gegangen. Wenn nicht alles ausgekauft ist, dann geht halt zwei Drittel. Und man kann gut leben davon. Geht schon. Was würden Sie jetzt denn sagen, ist aus persönlicher Sicht der Erfolg, auf den Sie am meisten stolz sind? Naja, dass ich Mut gehabt habe, in die Werbebranche einzusteigen, ist eins, zwei. Dass ich gesagt habe, ich will Master werden mit Sturm. Das ist super. Die Champions League ist passiert, weil da kann ich gar nichts dafür. Die Spieler haben die Tore schon an dem gespielt. Ich meine, natürlich habe ich ein bisschen einen Beitrag, indem ich die Spieler gekauft habe. Weil mein damaliger Trainer hat nie was gesagt und der Heidschilder war auch ruhig. Die haben mich immer schalten lassen. Ich habe halt das Glückshandel gehabt mit einem guten Spiel. Wir waren auch dabei, die nicht so gut waren. Aber das hat bei jedem Verein so. Aber dass wir das erste Mal Meister geworden sind vor dem GRK, war Weltklasse. Das war einzigartig. Und wir haben die schönste Meisterfeier in Österreich, haben die Leute im Fernsehen erlebt. Es hat kein Großklub aus Wien, Salzburg oder Innsbruck gehabt. Wir haben etwas inszeniert, was noch nie da war. Und da war eine ganze OEF da. Das war lustig. 80.000 Leute waren vom Stadion Liebenau bis zum Hauptplatz. Und da war nur Sperre. Das war Wahn. Wir haben aber die ganze Stadt beschmückt mit Sturmfahnen. Und dann die ganzen Auslagen. Die Herrenklassen. Da sind wir überall hingegangen, haben wir unsere Accessoires hingekriegt. Dressen, Hosen, Leiberl, was mache ich da alles? Schals. Und nur ein einziges Geschäft hat nachgesagt. Und das war der Stiefelkönig. Der Spitze. Der Spitze ist heute schon zu. Gibt es ja nicht mehr. Aber das war. Und dann bin ich erst drauf und es war nämlich ein GRK-Fanatiker. Und da habe ich mir gedacht, du bist auch arm von ihm. Weil Sturm ist Meister. Umgekehrt. Da sieht man wieder, Neid und Eifersucht ist halt gigantisch. Zwar das ein erfolgreicher Geschäftsmann war, aber da habe ich mich geärgert. Da dachte ich mir, was ist mit ihm? Da hatte ich ja einen Fehler. Ja, wie wir schon gehört haben, Sie sind ja eigentlich schon pensioniert, aber sind ja trotzdem noch in Ihrem Unternehmen eigentlich tätig. Da stellt sich für uns die Frage, wie gestaltet sich denn jetzt noch so ein typischer Arbeitsalltag bei Ihnen? Na ja, ich meine, mein Sohn ist sehr gut im Geschäft. Den habe ich Gott sei Dank schnell dorthin gebracht. Der hat ja einmal von der Pike auf erlernt, wie man eine Werbetafel aufbaut, wie die auf dem Kramus. Das war eine reine Hilfsarbeiterarbeit. Dann ist er mit den Leuten herumgefahren, Tafeln aufbauen wie die Hilfsarbeiter. Der ist gar nicht ins Büro gekommen. Der will gar nicht aufgehen. Das hat ihm so gut gefallen, dass er mit dem Lostwagen herumfahren darf. Ich sage, jetzt ist Zeit. Jetzt kommt das Büro. Das muss jetzt schön langsam übernehmen. Dann später. Und Gott sei Dank ist das gut gelungen. Er macht das sehr gut. Er kann gut verkaufen. Er hat ein gutes Auftreten. Er kennt sich aus. Er ist seriös. Das ist ganz wichtig. Er spricht mehr über Großkunden wie Lutz, Bauhaus, Kronenzeitung. Wir haben viele Kunden. Und das macht er. Und ich mache auch die politische Werbung und ein paar andere Kleinigkeiten. Nicht mehr in dem Einsatz, was ich einmal war. Ich hatte lange genug dabei. Einmal wird man auch müde, wenn man älter wird. Also ein Junge hat man viel Kraft. Aber dann. Jetzt rennt trotzdem. Wir sind zufrieden. Passt alles. Jede dritte Wand ist. Ich kann nichts anders. Wir stehen überall im Weg. Ist der nächste Schlager. Ja, was auch besonders mich als großen Sportfinger interessieren würde. Wie hat denn Ihr typischer Arbeitsalltag als Sturmpräsident so ausgesehen? Das war ein Wahnsinn. Ja. Eishockey, Fußball und Sturmpräsident. Ich glaube am Tag 50 bis 100 Telefonate mit Journalisten. Das ist so neugierig geworden. Und da habe ich Eishockey gemacht. Ich meine, da habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt. Ich muss es nicht übernehmen, weil der Herr Schöffel zurückgetreten ist. Dann habe ich gleich einen Sponsor gebracht, weil mir die Steirer Browser gelegert hat. Weil die sind mit Gößer gleich nach Innsbruck gegangen. Und ich bin zu Ottakringen nach Wien gefahren. Und habe gesagt, das wäre wichtig, wenn Sie bei uns einsteigen. Sagt der Wienkheim damals, das ist ein Choleriker, sind Sie deppert? Die verkaufen kein Bier. Ich bin weiß. Fühlt sich kalt. Sag ich, nein, das weiß ich schon. Aber ein paar Gößer kann ich nicht bringen, die Ottakringen nehmen. Die Großkonzerne, die kann ich nicht. Da habe ich keinen Druck. Und übrigens, aber sie ist eine Ahnung. Jetzt ist von der Steirer Browser zu Innsbruck gegangen. Jetzt, was glaube ich, das klar ist, sie kommen aus Wien mit Ottakringen nach Graz. Und Steiermark ist ja größer als Tirol. Verstehst? Und sie tun ja auch gerne ein bisschen die anderen ein bisschen sugieren und häkeln. Und möchten sie machen. Schaut er, fünf Minuten war er ruhig. Von wem wissen Sie das? Hat er gesagt, setzen Sie da rein. Da hat er mit dem Marketingleiter drin gesessen. Und was stellen Sie dann vor? Jetzt habe ich nicht gewusst, wie ich es einmal sagen soll. Dann habe ich gesagt, eineinhalb Millionen Schilling damals für die Dres. Haben wir einen Drei-Jahres-Vertrag. Und dann natürlich habe ich gleich mit dem Landeshauptmann gehört. Sag ich, du, jetzt kommt der Aufsichtsrat, der Ottakringer. Sie hat keine kleine Brauerei in Wien. Die kommen nach Graz. Mein Josche, wenn es so lieb ist, schau, dass du da bist. Den möchten sie gerne mit dir unterhalten und hin. Ja, das war super. Der ist gekommen. Was glaube ich, die Wiener alle sich gefreut haben, weil der Kreiner, der Landeshauptmann, mit ihnen gesessen ist, ein bisschen schmäh geführt hat und geredet hat. Das war ein Wunder. Das hat einen so getaucht. Und die Sportsponsoring beim Eishockey war Weltklasse. Ja, gehört ja auch viel Showtime dazu. Und dann sind wir immer Zweiter geworden. Wir sind nie Master geworden. Das war jetzt Pech. Wir haben in Veltkirch einmal verstanden und die Kärntner waren eine Herrschaft damals im Eishockey. Aber ein toller Sport. Tolle Spieler. Die geben das Letzte. Die trainieren sogar mehr als für die Fußballer. Habe ich oft gemerkt. Aber Fußball ist auch ein Wunder. Da kannst du auch Geld verdienen. Bei mei ist es so, dass du nichts verdienst. Jeder, der da rein zahlt, ist auch vorbei. Um jetzt wieder zu unserer Stadt Graz ein bisschen zurückzukommen. Was würden Sie sagen, wäre so Ihre Vision für die Stadt Graz? Oder vielleicht auch darüber hinaus? Na ja, die Vision einmal erstens. Die Bettel einmal weg. Weil da kriege ich die Krästen zustande. Wenn ich sie sehe, da am Hauptplatz beim Pillar sitzen, die halberen Leichen und dann oder da in der Hans-Sachs großen sitzen sind, muss das sein. Wir sind ja nicht Albanien oder was. Wir sind die Bettler. Ich weiß, jetzt habe ich immer Freunde, weil es gibt die Caritas und Menschen, die eben Mitleid haben. Die wollen ja alle nicht arbeiten. Die wollen die Leute nicht wissen. Es gibt vielleicht ein paar, die Schwierigkeiten im Leben haben, die dann keinen Job haben und so weiter. Aber der Große dieser Bettler, die werden ja gefördert von den Ausländern. Setz dich hin, werden verstümmelt sogar, dass dorthin gehen. Aber das hätte ich einmal abschaffen, wenn es geht. Ich weiß, es ist nicht gelungen. Dann, was gibt man da? Na ja, mehr Parkplätze in der Stadt. Dann ordentliche Tiefgaragen. Na, wenn ich die Operngarage anschaue, da wird es mir schlecht. Da können nur mein Lilliputana Autos reinfahren. Wenn da ein bisschen ein größeres Auto kommt, hast du dann einen Schaden, ich weiß nicht, zu wie du fährst oder was. Schrecklich. Na, und dann würde ich eine U-Bahn, ja, die Idee ist nicht schlecht oder ein Liff oder eine Seilbahn ist auch nicht schlecht. Kann man probieren. Ist halt die Frage, wie viel Geld da ist. Und dann aber Politiker, die Visionen auch haben für die Schönheit. Ich weiß, es gibt natürlich Beamte in Graz, die hassen die Werbetoffeln. Aber die sollen einmal schauen. Heute New York, London, die beleuchteten Werbeflächen. Belebt eine Stadt. Aber bei uns, ich glaube, unsere Beamten fahren nur, glaube ich, bis Ludersdorf und nehmen schon einen Post mit und, glaube ich, ist eine Postkontrolle. Die kommen nicht, sie sehen nichts. Und trauen sie nicht drüber, dass man was... Und dann natürlich gibt es auch Anrainer, das Licht stört mich und das leuchtet ein. Ich bin geblendet und so. Solche Schmeck kommen herum. Das ist leider Gottes. Aber da wäre halt gut, wenn es Politiker gibt, die sich da mal einsetzen und sich was trauen. Aber die müssen halt auch schauen, damit sie gewählt werden und ihr monatliches Salär kriegen. Weißt du? Das ist ja... Ja, kennt das alles. Aber bitte. Was ist sonst noch? Sportstätten haben sie Gott sei Dank eingebaut. Was passt? Halle gibt es auch. Was fehlt denn uns noch? Na ja. Stadthalle ist auch schön geworden. Passt auch für Konzerte. Ja, jetzt werden wir halt natürlich größer. Und wenn wir größer werden, dann müssen wir wieder was ergänzen. Man müsste jetzt gewisse Bezirke einverleiben. Das weiß ich nicht, warum sie das nicht machen. Ich meine, ich weiß schon, dass die bei Seiersberg oder Völdkirchen nicht gern zu Graz eingemeindet werden, weil da verlieren andere ihren Job dann. Und dann ist der Bürgermeister weg. Und das ist ja schrecklich. Aber wir müssen. Die Stadt wird größer. Und jetzt wird einfach so viel gebaut. Und die Straßen sind so klein. Du brauchst breitere Straßen. Das ist halt... Da weiß ich, da habe ich mit einem Beamten geredet und Bedeutung, der selber gesagt, da haben wir verschlafen bei dem Straßenbau. Es wird alles so eng zugebaut. Wir können ja die Straßen nicht verbreitern. Was ja stimmt. Grünflächen mehr. Aber es wird ja zugenagelt. Außer gehen wir aus der Stadt ein bisschen auswärts gehen. Es gibt viele Dinge. Alles fällt mir nicht ein. Aber ein paar Sachen habe ich genannt. Die Mur ist auch nicht so schlecht. Das haben sie gut gemacht. Das gefällt mir ganz gut. Restaurants gibt es gute. Die Grossau, das ist eine tolle Restaurantkette, die das machen. El Couch und die ganzen guten Firmen. Landtagskeller kann man auch hören. Nein, es gibt ja gute Gastronomen in Graz. Das muss man hören. Die sind gut. Und die Straßenbahnen gehen auch noch. Das ist nicht so arg. Sie quietschen Gott sei Dank nicht. Sie fahren ganz ruhig. Und dann, ja, am Hauptplatz, ja, ein paar Festivitäten gibt es. Passt. Kann man nicht... Man kann immer etwas begredeln, aber das kostet Geld auch. Und das hat die Stadt halt nicht. Es sind so viele Beamte, die an diesem Säckel nahe gehen. Und weil viele Beamte dann statt acht Stunden nur vier Stunden arbeiten. Und vier Stunden dann Zeit vertreiben, Kaffee trinken und Schmäh führen. Leider Gottes. Sie waren ja sehr, sehr lange im Profisport, sowohl im Eishockey als auch im Fußball, tätig. Daher jetzt die Frage, was würden Sie den Kritikern entgegnen, die behaupten, dass Profifußballer oder Profisportler generell überdurchschnittlich viel verdienen, wohingegen ja systemrelevante Berufe wie die Pflege zum Beispiel eher gering entlohnt werden? Naja, das kann man nicht vergleichen. Die Sportler, das ist ein Junge, der fängt jetzt Karriere zu machen und der kann nur bis zum 33, 34 Jahre den Sport betreiben und da will er halt das Beste rausholen. Und wenn er gut ist, dann wird er besser entlohnt, der Schwächere nicht. Und da braucht keiner neidig sein. Weil die Journalisten, was braucht der neidig sein? Der muss sich leiser bringen. Und die Journalisten schreiben ja alles negativ. Auch wenn er gut gespielt hat. Irgendwas findet ihm ein Haar in der Suppe. Also ich finde schon die Entlohnung in Ordnung, wenn sie gut sind. Ich meine, ich habe das oft genug erlebt. Ich habe meine Topsuchtsanfälle gekriegt, wenn da eine Vertragsverhandlung war. Da sind welche gekommen, weil der Papa und die Mama gesagt haben, du wirst ein Weltklasespieler unter ihm. Die haben Spitzball eh geschaut. Ich glaube, er ist schon der Ronaldo. Aber dann habe ich gesagt, guck zu, du musst noch viel lernen. Und wenn du mit guten Spielern zusammenspielst, dann werden auch die Schwächeren besser. Und ich habe gesagt, jetzt hast du die Chance. Aber das ist, wir leben in Österreich, ist ja noch günstig. Aber in England, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, da sind auch mehr zu sehr demanden, ist auch eine andere Fußballkultur. Da gehen ja die Leute, gehen ja ein ganzes Geld geben, damit sie dort dabei sein können. Das ist ja irre. Dort ist ein Präsidenten, weil von einem Verein größer ist als bei uns ein Nationalratswahl. Es gab keinen. Da gehen die Fans knien zum Präsidenten. Habe ich alles erlebt. Der Sanz von Real Madrid ist in Monte Carlo, in Monaco gestanden. Die spanischen Fans sind knien zu ihm. Und ich bin da in der Nähe gestanden und die Journalisten hinter mir habe gesagt, das wäre klasse, das möchte ich auch gerne haben. Schon die Titelseiten gewesen. Kann ich nicht wünschen, knien die Fans. Das brauche ich nicht. Aber das hat gut ausgeschaut. Ja, wir kommen zur zweiten Runde der spontanen Entweder-oder-Fragen. Die nächste Frage, GRK oder Sturm? Beides braucht man. Das belebt den Schmäh am Wirtshaus-Tisch, dann bringt er Geld beim Derby. Da verdient der GRK gut. Und wir auch. Also, ich habe genügend Funktionäre gehabt, der kehrt weg. Sag ich, ja, dann bringe ich Geld. Dann kannst du sagen, bringen alle Geld, aber sie wollen was. Keine Ahnung von Wirtschaft. Der ist ganz wichtig, der GRK. Das belebt die ganze, den Sport. Das gehört dazu. Da muss der Schmäh rennen, die Häcklerei gegenseitig und so weiter. Das ist wichtig. 80-10 oder 80-20? Ich bin, ja, das sind beide mir wurscht. Das ist, das ist völlig egal. Bier oder Wein? Ich bin auch noch für sich gar kein Alkoholiker. Ich trinke aber beides. Wenn ich einen Durst habe, trinke ich Bier und zum Genesen einen Wein. Also, ich trinke lieber ein Kracherl. Das ist aber süß. Nein. Normal bei Bundigam habe ich nur Bier trinken. Aber auch nicht im Maß und Ziel. Aufsteuern oder Grazathon? Das sind beide. Das Aufsteuern ist super organisiert. Da kommen viele Menschen. Gut gemacht. Hohes Lob an die Veranstaltung. Das andere ist das Gleiche. Das sind beide. Man kann nicht da bewerten. Das wäre nicht gut. Blabutsch oder Schöckl? Auch beides. Der Blabutsch hat schöne Sachen und der Schöckl auch. Der eine will steiler hinauf, geht länger, rennen damit seine Kondition gut ist. Und beim Schöckl gehen vielleicht die älteren Leute auf. Sagt man der oder das Teller? Das ist okay. Der Teller kann man auch sagen. Man kann aber auch das Teller sagen. Beides richtig, sage ich. Um jetzt wieder den Bezug zu Graz mehr herzustellen. Wie würden Sie sagen, dass Sie als nach wie vor aktiver Werbeexperte dazu beitragen, die unterschiedlichen Facetten unserer Stadt mitzuformen? Das ist so schwer, mit Beamten zu arbeiten. Das ist in Graz sehr schwer, weil da werden Beamte geholt von anderen Bundesländern. Der hat seine Idee. Und wenn du etwas sagst, wirst du erhört. Aber machen würde der Beamte das, was er will. Und da muss ein starker Bürgermeister rein, der sagt, so ist es. Und dann ist der Beamte ruhig vielleicht. Da muss der Politiker mit der Macht dort sprechen. Nicht der Herr Hofrat oder irgendein Micky-Maus-Beamter. Verstehst? Das ist immer schwierig. Mit Beamten zu arbeiten, die entscheiden alles. Das ist das Komplette. Da fehlt wieder ein starker Chef als Politiker. Wenn der sich durchsetzt, dann passiert es. Dann kann auch der Hofrat nichts machen. Ich meine, es gibt halt so blöde Gesetze, wo man vieles nicht, wenn man so viel Rücksicht nehmen muss. Da zwitschert ein Vogel, das ist dann schon wieder ein Naturschutzgesetz. Und dann hat der Teufel, das braucht viel Lungenentzündung. Zeitlich. Ja. Aber das ist halt so. Die Gesetze haben sich sehr stark verändert. Und zum Nachteil vieler Annehmlichkeiten. Weil um 11 müssen die Wirt zusperren. In der Stadt, wo es schönes Wetter ist, wo die Leute gerne sitzen, einrahmen. Finde ich für Blödheiten. Warum nicht? Sollten sie sicherlich um zwei Tag früh, wenn es gekrollt wird und geschrien wird. Das ist nicht. Aber dann sagen wir halt bis Mitternacht. Aber vielleicht ist ein Bekannter von höheren Politikern dort, der halt mit der Zipfelmel schlafen geht und dann wir halt am Elfen still haben. Das ist halt nicht gewinnend für den Fremdenverkehr. Wenn Sie nach all dem, was Sie jetzt erlebt haben, wenn Sie heute die Möglichkeit hätten, mit Ihrem 18-jährigen Ich. Also wenn Sie, wenn Sie dem 18-jährigen Ich heute etwas raten könnten. Da war ja eine Lehrbube, wie das war mit der Hochzeit. Das ist schwer. Natürlich durchs Alter lernt man viel und kriegt Weisheiten. Aber ich würde das Gleiche wieder machen. Nur nicht schwarz zahlen beim Verein. Das ist sicher nicht. Also seriös arbeiten. Aber im Sport geht es halt nicht anders. Weil das ist halt einmal gang und gäbe, dass die Geschenksabteilung da ist und dass die dann auch für dich spielen. Weil die guten Leute, ich kenne das System weltweit, das ist ja nicht in Österreich. Ganz auf der ganzen Welt ist es. Und das ist halt, ist nicht ratsam. Man darf sich nicht erwischen lassen, sagen wir so. Und der Neid war das halt auch, die das inszeniert haben. Aber ist ja vorbei, wissen wir schon. Ist alles erledigt und das Leben geht trotzdem für mich gut weiter. Ich habe da keine Probleme. Ich würde Ihnen jetzt einen Satz vorlesen, den Sie bitte vervollständigen. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass? Das mit dem Mur, mit dieser Murau ist ja ganz gut gelungen. Aber das könnte man auch weiter verlängern zum Beispiel. Und das doch mit einer Seilbahn oder Plavutschauf ist auch nicht schlecht, wenn man das machen könnte. Und U-Bahn, ja. Ob wir nicht zu klein sind. In der Stadt, außer wenn wir vergrößern die Graz, dann ja. Aber mehr Freizeitgestaltung schaffen. Und wenn der Stadtberg so schöner ist, dann muss man Veranstaltungen machen, wo diese verrückten Menschen nicht den Dreck hinschmeißen. Das ist fürchterlich, was da passiert ist. Und die Menschen sind undiszipliniert. Das ist das Problem. Und da muss man halt auch Polizisten oder Aufpasser instellen. Aber das kostet dann wieder Geld für die Stadt. Das wollen sie nicht machen, weil sie glauben, die Leute, die sind nicht so. Die hauen alles weg. Schrecklich. Aber Erziehung schlecht in Graz, sagen wir es so. Ja, mit unserem Format mit Grazkast wollen wir nicht nur so spannende Persönlichkeiten wie Sie vorstellen, sondern auch unseren Zuseherinnen und Zuhörern die Möglichkeit geben, vielleicht etwas leichter mit diesen Persönlichkeiten auch in Kontakt zu treten. Von daher die direkte Frage an Sie. Wie kommt man denn mit Ihnen ins Gespräch? Ja, das ist nicht schwer. Wenn mir einer grüßt und sagt, mein Gott, erzählen Sie mir was. Ich sage, was wollen Sie wissen? Ich habe ein paar Minuten Zeit, können Sie was wissen? Und da bin ich gebrommen heute. Es gibt auch welche, die mich geschimpft haben. Dann gehe ich natürlich weiter. Was soll ich mich beschimpfen lassen? Aber das ist so selten vorgekommen. Aber ich bin mit jedem. Es ist egal, ob das jetzt eine Hilfsarbeiter ist oder einer von einem Präsidenten von einem Land. Das ist mir völlig egal. Das sind ja nur Menschen. Und nichts anderes. Nur kommt es jeder übernatürlich vor. Und wenn einer zu viel Geld hat, glaubt er auch schon darüber. Das Wichtigste ist, er soll schauen, dass er gesund bleibt. Das ist das Wichtigste. Weil es geben auch Junge, die mit viel Geld schon gestorben sind. Oder aufpassen, da saufen sie sich nieder oder sie nehmen Gift. Schade. Wenn ich oft so denke, was da für eine Traumsänger wie Michael Jackson, Whitney Houston, der Freddie Mercury. Das war ein grandioser Musiker. Und nur durch das Gift haben sie sich kaputt gemacht. Schade eigentlich. Aber bei uns in Österreich Gott sei Dank eh nicht so. Das haben wir nicht so. Aber aufpassen ist wichtig. Und jetzt schon zum Schluss hin langsam. Welche Botschaft würden Sie gerne unseren Zuseherinnen oder Zuhörern mit auf den Weg geben? Nicht neidig sein auf der Welt. Eifersucht auch vorbei. Und mehr Sport betreiben. Das ist wichtig. Und Sportplans gehen. Ein bisschen mehr tun. Und gemütlich sein. Das ist wichtig. Es sind ja welche oft so steif und keinen Humor. Ich weiß nicht warum. Frustrierte Leute. Das ist schrecklich zum Anschauen. Habe ich alles erlebt schon. Aber was hilft machen. Muss eben so nehmen wie er ist. Kannst nicht erledigen. Ja und zum wirklichen Abschluss haben wir noch ein paar offene Sätze, die Sie bitte vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist? Die Innenstadt. Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal Ins Abbahnhaus gegangen sein. Das ist wichtig. Es gibt eine Flüte nicht. Was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das? Dass das Schloss Eckenberg ein traumhaftes Schloss, spanisches Schloss ist. Und viele wissen nicht einmal, wie das Ganze entstanden ist, die ganze Kultur von dort und wo die herrlichen Konzerte stattfinden. Wirklich wunderbar. Also Schloss Eckenberg ist eine wunderschöne Geschichte. Und da gehen halt auch wenig Leute. Ich weiß nicht, ob die Schulen dort hingehen mit ihren Schülern, dass die das wissen. Aber es gibt schon schöne Sachen in Grazer. So ist es nicht. Die Ruinengelstin gibt es nicht mehr. Das sieht man gar nicht. Ich als Kind habe mir das hingehen. Da war es noch zum Anschauen. Aber wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Und Ihre letzte WhatsApp Nachricht war? Ja, jetzt beim Länderspiel Österreich gegen die Ukraine hat mir der Franco Fodor geschrieben, wir haben es geschafft. Und dann habe ich ihn gratuliert und sage, kannst du froh sein, dass du dein Trainerschäft gekriegt hast. Weil wenn ich dich nicht geholt hätte, wäre es vielleicht heute noch irgendwo in der Prärie oder in Griechenland oder wo. Das weiß er aber. Das dankt er auch. Das muss man ihm lassen. Das ist für ihn aber auch ein ausgezeichneter Trainer. Kann man nichts sagen. Das ist ein intelligenter Mensch. Er hat sich weitergebildet. Und er kann das Geschäft. Hat natürlich durch den Erfolg viel Neider. Im Erfolg hast du Neider. Das ist einmal so. Da muss man sich arbeiten. Und jetzt müsst ihr zwar aufpassen, wenn es gut wird, dann habt ihr auch Neider. Das ist so. Ja, Herr Kartnick, wir sind am Ende. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für die Einblicke. Dankeschön. Hoffentlich haben die Leute was zum Lachen. Das war's mit der heutigen Folge und mit unserem Gast Hannes Kartnick. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und hoffen auch, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Kommentar vielleicht anlasst, liked, kommentiert, wie gesagt, kritisiert und uns weiterhin auf Social Media, aber auch auf unseren Podcastportalen, Apple Podcast, Spotify und Co. und natürlich auf www.kratzkast.at weiterhin folgt. Bis zum nächsten Mal bei Kratzkast. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei Kratzkast. Bis zum nächsten Mal bei Kratzkast! Bis zum nächsten Mal.